Weil hier jeder trägt Spawncard Wie wir einfach auch die ganzen Wände auseinander... Ja, kann man noch gebrauchen! Ach, warum nicht, ne? Ach, drauf! Ganz ehrlich, scheiße Hund drauf! Jetzt hat er drauf geschissen So, ich muss in den Stock rein Oder sowas von Oh, das Ketten Ich war nicht, wenn du stirbst, ne? Ne, noch nicht, ich bin nur gerade von oben runtergepumpt Wollen wir uns gleich abgeschossen haben Oh, Danz, ich hab die nächste Quest geschlossen Abgeschlossen! Wie war's abgeschlossen? Naja, gleich Was soll da hin? Das kann echt lange weiter, kann das sein? Ja Schocking! Okay Drive ist ja voll, der ME Drive Also ich würd ja mal sagen, ne? Haben wir noch mehr ME Drives eigentlich? Nächste Quest abgeschlossen Ne, wir haben... Und jetzt hatte ich nur einen ME Drive Auch nicht billig, ne? Aaaaaaah! Nö, es ging Äh, ging Auf geht's nicht Auf geht's nicht Auf geht's nicht Auf geht's nicht Ah, Wocketpfeiler hier war das Zeug noch nicht drin, was ich brauche, dann ist es ein Schlag direkt tiefer da wo das rote ist da wo das rote ist ja evil chicken und zombie so jünger sein außer außerhalb die ganzen chest geholt von der lava wann denn das ist aber der erste der chest sieht das problem ist die tatschen darunter sowieso mal eben sachen ablegen da ist voll ach ja aber so modpack macht sparse sparse kommen wir jetzt voran sparse sparse er sparte am see sparse können wir noch eine schöne quest abschließen weil ich ja wieder geschafft habe das buch will ich lesen ok davon habe ich keine ahnung egal ein silk wurm die brauchen wir später ein ja du machst das schon mach ich das ja ich vertraue dir ich soll das automatisch gehen weil es da und eventuell ja kann ich ja nicht ähm was kannst du nicht ich mein das ja grad so nicht mal mit dem platzieren ist doch scheiße da konnte man irgendwie die lava so platzieren immer äh keine ahnung ja das teile fußt sogar die lava weg und den stocken muss ich rein und den stocken muss ich rein und den stocken muss ich rein ja ja wir haben so schon acht stück au 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 du bist grad so leise ne eigentlich nicht doch warum das denn ich könnte auch sein weil nichts ist mein kopf jetzt bisher wird abgestürzt nein weil ob die feinden wahrscheinlich komplikationen mit wie immer teilweise noch hat uns nie probleme das ja manchmal hast du es manchmal hat mich das ja achten abzielen haben wir jetzt schon das geht schneller als dieses aufbauen ja ja aber in der wii fix funktioniert auch nicht richtig bei mme system sowieso nicht nein ich meinte also jetzt nicht eins der besten lieder muss mal zurück spuren 29 hey das geht so schnell vor allem das gute ist wenn ich immer ein bisschen rausnehmen dann wird er immer ein bisschen ja ein bisschen später nach aber trotzdem ist auch gut das hält es gar nichts hm Doun 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 d acho viel verläuert ich glaube musik laufen mit der wassermelody ist schon klar so jetzt komme ich wieder hoch material ich brauche ein backpack geht ja gar nicht mein gott laufen halt hoch ach stimmt warum laufe ich eigentlich hoch ich kann das portal nutzen ja ich hab da gar nicht dran gedacht das gab ein bisschen material mit ich hab ich teile nicht mit dir du bist aber frech zu mir jetzt auch ein pack meinst du frech wie du jetzt ein pack oder nicht warte mal mein inventage kriegt bei ne das spiel sagt nein ist mein inventage wieder voll alter 20 20 von diesen kartoffeln wow nice fresh was hat das gemacht was ich wollte so ähm was hab ich denn da drin eine schaufel rainfrost hier gravity 500 post sharpness luck health killlevel adept mit keine ahnung diamant quarts lapis redstone rainfrost 1 und portu oh man wei brauche ich aber nicht ich habe mal eine andere schöne war ich nicht was so dass ich den knall gar nicht gehört ne ne was ist das so ein knall vorspick ooooh goldblöcke und deine mutter ist ein skelett du blöder hurensohn strob bist du ja da ist auch noch ein oder ein paar ist das einer oder so weiß ich jetzt gerade nicht ähm goldblöcke den du schütteln kannst also zum richtigen goldblöcke wieder machen kannst hab ich gerade bin dort auf der ebene ist ein me system drin meine ich und iron gear blocks ähm ich nehme einfach mal das eisen kann man auf jeden fall gut gebrauchen kann man auch ah da ist das ohr was ich gesucht habe für die köst deswegen ist alles ordentlich schön ausgeleuchtet ja bin gleich dabei ich gehe mal rum hallo ich hab'n dentsch ach äh dogmeat also dog bramium schwert ähm wir passen stack obsidian nice dann komplett die dinge jetzt auseinander hier das hat das ding einfach ne dobility jo 3600 gut ach ... ... ... ... ... ... ich glaube ich will mein ausreiches band immer noch etwas hat er extra so gemacht ja jetzt können wir es wieder leise machen was musik ich glaube wir sind hause ich mag koki kong ja sag ich ja nichts gegen ich hau dir gleich ins gesicht ich hau dir auch gleich in die fresse was bekomme ich jetzt hier stauerweise unter so was geht ab ich muss mal wieder schmelzen ja weiter lupen kannst du das ganze zeug raus lupen da machte du machst das schon ich hätte es sonst gemacht also in der aufnahme in einer aufnahme habe ich das ja gemacht ja ja ich hab ja auch mit dem hammer geht das eigentlich total easy ich weiß gar nicht was das für eine stärke ist die ganzen wände kaputt aber die heißt es eher in die ich sterb so oft ebene äh vielleicht ist gemein zu mir nee das ist nur die wahrheit du bist halt ein arschloch nee sag nur wie es ist oh god oh god oh god bababom babom babom skelett du bist ein wichser vielleicht du bist du behindert tschüss Ich glaub ich hab die Blattiganten inzwischen eben. Ja ich glaub ich hab alles gleich raus. Ausgekloppt ist gleich alles. Ausgefurz. Ausgefurz, ne. Pupsen wir nicht. Können wir mal steigern hier mein Hammer. Oh der noch ein bisschen. Oh hallo der Zombie. Tschüss Zombie. Hallo Herr Flash. Sie sind ja auch da. Gets. Gets hab ich gefragt. Oder ich hätte mir auch sagen sollen. Äh. 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 Hätte ich bestimmt verstanden. Hm. Klar verstehst du sowas. Oh. Oho. Hallo Goldblöcke. Oho wow. Es sind ja paar Goldblöcke. Ah ne. Ähm ja ich setz mal unten in die Chess hin. Au. Da wo ich meine Sachen mal rein tun kann. So. Das. Das kann rein. Das. Da. Das. 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 Brauch ich grad alles nicht. Einmal brauche ich dann dann noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Buggits. Dann hab ich ein Inventar voller Buggits. Warum? Salo. Okay. Bei der Obsidian herstellen. So ist echt langweilig. Ja und? Oh ne finde ich da draufsteh fliege hier runter. Wir wollen das Teil doch unten der pumpen oder nicht? Ach ist doch fast leer. Ich weiß. Ich brauch noch fast. Nimmst du aber nicht, nimmst du das Lava aus den Barrels oder aus dem Tank? Äh. Angst. Doch genug. Ah ich sag ja auch ja noch. Ich seh es ja wenn da kein... ...wenn unten leer gepumpt ist. Und da keine Lava mehr nachkommt. Filgen und Tanks kommen.